Da haben sie Haargrimme umgebracht. Okay. Neue Taktik. Wir locken sie einzeln raus. Was zur Hölle tragen die Kerle für Waffen? Die tragen nur Bastardschwerter. Was zur Hölle tragen? Woran mit Vergnügen? Dein Befehl? Sterb! Es soll geschehen! Ich höre. In Ordnung. Ja? Weiter! Was? Wenn es sein muss. Es rutscht mir aber langsam mal den Buckel runter. Das ist im Schatten verstecken. Ja. Man merke, wir sind auch verdammt schon wieder in dieser Luft. Äh... Na. Sag, was du von mir willst. Ich mach's so schmerzlos wie möglich. Na komm. Gut. Äh... Nein. Was ist los? In Ordnung. Und wieder ein Kurzbogen plus eins. Sieht fast aus wie ein Kurzbogen plus eins. Das sind auf jeden Fall Bolzen. Okay. Noch ein Kurzbogen. Und Feuerpfeiler auf jeden Fall. Wie kann ich helfen? Euer Leben ist verrischt! Nein! Weiter! Gut. Woran so soll es geschehen? Wieder welche weg? Ich höre. Wenn es dein Wunsch ist. Dein Befehl. Weiter! Schatten verstecken ist fehlgeschlagen. Was? Wenn es dein Wunsch ist. So, dann gehen wir mal wieder. Ja. Werde Zeugen wahrer Macht. Werde Zeugen wahrer Macht. Ah! Sag was du sofort! Was ist los? So ist alles geschehen. So. Jetzt pfff. Jetzt sind da noch der Magier. Zwei Bogenschützen. Und zwei von den gespenstischen Skeletten. Okay. Er schießt. Gut. Wie kann ich helfen? Schlafen. Hilf mir doch. Einverstanden. Woran? In Ordnung. Dein Befehl? Ich denke, es ist möglich mal wieder an der Zeit, dass wir uns zurückziehen. Es soll geschehen. Und rasten und sammeln. Sofort! Und dann haben wir vielleicht eine gute Chance mit unseren Zaubern und so weiter, die wir haben, uns zu buffen. Gut. Und die da weg zu hauen. Es soll geschehen. Also einen Frontalangriff zu wagen. Jetzt wo wir eigentlich sie ausgedünnt haben. Dieses eingelegte Mosaik scheint die Fotos des Wolfs darzustellen. Es ist die Kopie des Mosaiks, das ihr am Eingang der Grabstätte gesehen habt. Ich höre. Ich höre. Ist etwas nicht in Ordnung? Ich höre. Zaubermäßig ein Gebet. Wacht schon. Kann ich helfen? Schild? Ja. Sofort. Wie kann ich am besten zu Diensten sein? Dann geht gleich ein paar auf die da los. Jawohl. Immer bereit. Ja. Äh. Nicht gut. Okay. Was? Bringen wir wenigstens dazu, eine tödliche... äh... Wie kann ich helfen? Gewiss. Was ist los? Die stinkende Wolke zu wirken. So. Dein Befehl? Vorwärts. Hoch. Ich tue's. Jetzt müssen wir warten bis die weg geht. Kann ich helfen? So lange kannst du ja vielleicht mal die Stärkung auf ihn zaubern. Vita Mortis. Und ne göttliche Macht auf die... Ja. Sag was du von mir willst. Kann ich helfen? So und dann... Sag wie kann ich helfen? So. So. Wie kann ich am besten zu Diensten sein? Euer Leben ist verwehrt! Hochschau! Oh! Dein Befehl? Mögen die... Ich höre. Was? Ja? Dann hau doch das Geld da oben hin. Ah! Wenn es schandelt, dass wir gewalttätig werden müssen. Einverstanden! So. Ich werd erledigt. Wenn ich richtig sehe, hat das Skelett Armschienen dabei gehabt. So. Für deinen Behälter. Armbänder Rüstungsklasse 8. Das ist praktisch. Das reduziert die Rüstungsklasse genau um 2. Also es ist so, als ob eine Rüstung tragen würde, die 8 entspräche. So wie die hier halt 4 entspricht. Also so hat er 9. Achja. Plus durch die Helebarte hat er ja plus 2. Genau. Gut. Kann ich helfen? Was ist los? Ich tue's! Was? Genau. Hier sind ja auch noch... Pfeile. Wie? Das macht mir nichts aus. Übrig geblieben. Sag, was du... Weiter! Wie kann ich helfen? So, dann öffnen wir mal. Sofort! Typisch steht eine unbefinierte frühe Flüssigkeit, die unheimlich leuchtet. Woran hast du gedacht? Wenn es dein Wunsch ist? Dein Befehl. Einverstanden! Ich höre, wenn es sein muss. Die Tum. Komm schon! Also. Okay. Kresselag haben wir gefunden. Kresselag sieht aus wie ein Todesritter eigentlich. Also wie eine Mini-Version von einem Todesritter. Einverstanden! Aber Kresselag ist nicht aggressiv. Jedenfalls noch nicht. Sag mal in Ordnung! Und der Stahl hat auch nicht direkt einen Dialog benutzt. Das müssen wir machen. Der mächtige Abenteurer steht vor mir. Welchem Umstand verdanke ich diese Ehre? Ihr habt mich als erwartet? Ich habe eure Schritte beobachtet, seit ihr zum ersten Mal mein Reich betreten habt. Es war nur eine Frage der Zeit, bis ihr hierher kommen würdet. Also sagt mir, warum seid ihr gekommen? Ich suche das böses Kuldaar-Quid. Wenn ihr Böses sucht, habt ihr es gefunden. Ich stehe vor euch. Doch bin ich nicht der, der Kuldaar-Heim sucht. Jenes Böse müsst ihr anderswo suchen. Warum sollte ich glauben, dass ihr unschuldig seid, Geist? Es ist mir völlig gleichgültig, ob ihr mir glaubt, Abenteurer. Ich bin seit Jahrhunderten tot und auf ewig an diese Hallen gefesselt. Die Lebenden und ihre Versammlungsorte sind mir noch gleichgültiger. Wenn euer Kuldaar vom Bösenheim gesucht wird, ist es nicht meine Schuld. Sucht euren Bösewicht anderswo. Ich weiß gar gar nicht, ob das vertont war und ob er wirklich das gesagt hat oder ob das ein bisschen neu ist. Ja, wer? Ich kann eure Frage beantworten. Aber erst verlange ich einen Gefallen. Erfüllt eine Aufgabe für mich, dann werde ich euch antworten. Welche Aufgabe, Geist? Auril, die Eisgöttin, wird von einigen hier im kalten Norden verehrt. Auril befiehlt ihren Anhängern, alle Feuerstellen zu löschen, die Häuser dem kalten Wind zu öffnen und der Wärme jeglichen Platz zu verweigern, an dem sie sich sammeln könnte. Mhm. Wie ihr seht, wäre meine Gruft, einem Anhänger Aurils, ein Graus. Ich stimme euch zu. Sprecht weiter. Eine Priesterin Aurils stand auf der Schwelle meiner Gruft und schaute herein. Vor kurzem hat sie versucht, hineinzukommen. Aber meine Wächter haben das verhindert. Wir haben mit dem Geist von Kresselag gesprochen und er behauptete, dass er nicht für das Böse verantwortlich sei, dass sie Kuldaar heimsucht. Aber er behauptete zu wissen, wer der Verantwortliche ist. Mit dieser Information bat er uns um einen Gefallen. Wir sollten eine Priesterin von Auril erschlagen, die kürzlich versuchte, seine Grabstätte zu betreten, um ihr die Wärme komplett zu entziehen. Nur gegen einen Beweis ihres Todes würde er uns Antwort geben. Jetzt, wo ihr meine Wächter erschlagen habt, gibt es nichts mehr, was sie davon abhalten könnte, zurückzukehren und den Willen Aurils auszuführen. Hätte deine Wächter uns einfach mal durchgelassen. Ich möchte die Ewigkeit nicht in einer kalten, lichtlosen Hölle verbringen. Findet diese Aurelitin und erschlagt sie. Erst dann werde ich euch antworten. Ja, ich bin kein Mördergeist. Hört zu, Abenteurer. Euer teures Kuldaar ist Auril genauso ein Graus wie diese Gruft. Denkt an den großen Baum, den Kreis der Wärme und die Gesetze Aurils. Gute Art und ich kann es unruhen. Wie wird es Kuldaar unter Aurils kaltem Blick ergehen? Findet diese Aurelitin und erschlagt sie. Erst dann werden wir beide sicher sein. Und erst dann werde ich euch antworten. Ich werde es mir überlegen, Geist im Polen. Ja, können wir nochmal mit ihm reden? Ihr seid zurückgekehrt. Habt ihr euch überlegt, ob ihr die Aurelitenpriesterin erledigen wollt? Also gut, ich werde die Präsent. Ausgezeichnet. Beeilt euch, denn auch jetzt spüre ich ihre Anwesenheit im Tal. Kommt zurück, wenn ihr mit ihr fertig seid. Bis dahin habe ich nichts mehr zu sagen. Wie kann ich helfen? In Ordnung. Gut, okay. Das heißt, wir können gucken wer noch Platz hat. Du nicht. Du auch nicht. Du auch nicht. Du hättest noch ein bisschen Platz. Du bist voll... Ja. Du hättest noch etwas Platz. Also, bedienen wir uns noch ein bisschen hier. Wird erledigt. Brauchst du mich? Ich... Das macht mir nichts aus. Wie laut, sehr gut. Okay. Und wir sind überladen. Sag, was du gewiss. Gut. Das heißt, ich würde sagen, wir speichern hier jetzt. Wir haben die Gruft ja gecleared soweit. Das wäre jetzt LP-006. LP-006. Speichern. Und dann gibt es erstmal hier wieder einen Cut. Also, bis gleich. Bis gleich. Bis gleich.